Das, was ich tue, das, was dir so viel bedeutet. Du meinst, ich tue es, weil ich ein guter Mensch bin. Ich tue es, weil es zu schmerzhaft wäre, es nicht zu tun. Weil du ein guter Mensch bist. Weißt du, es tut weh. Alles das. Alles, was ich sehe. Alles, was ich höre, rieche, berühre. Die Schlussfolgerung, die ich imstande bin zu ziehen. Die Dinge, die sich mir offenbaren. Die Hässlichkeit.